Papa, hallo. Wie gut, sie hat den Ball weggerollt. Hey, was machst denn du? Was ist denn da drin? Mei, jetzt spielen sie wieder Huckepack. Die Schnuffi ist ja eigentlich ein Weibchen und lässt sich dann gern von dem Hoppel Huckepack tragen. Ich habe hier auch einen Weibchen, ein Weibchen. Danke. Vielen Dank.